Was meinen Sie wagen? Ja, super. Und kein Beißhund. Weißt du, ich bringe ihm auf die Beißhund dahinten. Ja, weißt du, weil ich muss man halt mit seinem Auge sitzen und schatten. Also wir haben eine Pella gehabt und ich sage euch, die Pella war klein, aber mit extremer Vorsicht. Ja, wo ist die Pizzi Pia? Die ist eine Beschlagnahmung gewesen, die hat die Amtstärztin dann erschlafen wollen. Ja, wo ist die Pizzi Pia? Ja, wo ist die Pizzi Pia? Ja, wo ist die Pizzi Pia? Ja, boah. Bist du Hause? Ja. Bist du Hause? Was? Ja, bedankt sich gerade. Mechert hoch. Jetzt hast du den Paradies gefreut. Super, Schatzi. Du warst mit diesen? Ja, absolut. Ja, du bist ja eine Schiene. Aber ich habe sie geliebt mit der Schönheit. Ja, absolut ist sie. Aber der Daimon da, also pfff. Ja. Jetzt bin ich schon...